Beide Steinpläger, Hinten, Egeist, Hinten Was ist das für ne Huren, so ne Ablösung? Egal wir kämen, wir kämen nicht hier, Mann Wir kämen auch absolut nie Es ist hier jetzt eh nichts, hier ist das Backlick Ey Leute, kann ich PS fließen? Wie findest du das? Ja, alles cool, ich schreib einfach Grabenchat User disconnected from your channel Jetzt hören wir das dann über ihn Ja, ich find ihn halt echt korrekt Ich find ihn halt echt scheiße so Spielerisch find ich halt echt Ben Benni hat ihn Pascal ist halt eigentlich, also er holt oft zu Bats so Ja, aber PvP Aber PvP, er sucht, also er verkackt Und dann sagt er irgendwie, er kriegt irgendwie Partikel oder so Aber dann spielt er eigentlich voll schlecht Warum ist der Payway so komisch? Aber ich würd Pascal an eurer Stelle nicht Also ich würd den schon spielen lassen so Weil leider noch Ihr gewinnt ja Ihr gewinnt ja mit ihm und verliert noch mit ihm Ja Das gerade eben mit dem, wir finden ihn spielerisch nicht gut und so Das war alles Spaß Ja, 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 ne? Boah Finde ich auch aber, wenn du ihn echt spielen hast Hahahaha Digga, Pascal ist fucking Lieder von dem Scheiß-Clan hier Ja, gleich nicht mehr Pascal war Lieder von dem Scheiß-Clan hier Was? Ich hab ihn grad gedreht Schreib mal ein nice DDoS-Set an Haben ihn auf Schuldgefühle, du Unse Aber drunten wieder, Benni Pascal time ich jeden zu Wege für der Hand Was egal, treff ihn doch Du bist ja wieder so ein Fünfziger hier, du habst so geiler Ja, nein, wir werden Wir werden schön Ich helfe, ich schwitze Pascal? Ja, wo mein Ende geht Pascal also Spiele schwitzen Huch Egal, ihr schafft's auch so drüben Ihr vermisst ein Video Ja, Leute, das liegt Benni bekommt hier auch jeden Monat 10€ von uns Also, Benni ist auch nicht schlecht Ne, Benni? Benni sagt dazu einfach gar nichts, weil das einfach nicht stimmt Da Ja, eigentlich fünfzeig Pst Wir wollen Pascal nicht sagen, dass aus der Teamkasse so viel rausgeht Trinket Trinket noch auf Taschen Äh, wir könnten Probleme bekommen, wenn die sind 13 auf die Uhr Ich mein, das Morgendliche Frühstück ist auch immer recht teuer Ja, und die Klassenfahrt wird auch noch teuer, ne? Die Clan-Clan-Clan Die Clan-Fahrt Ja, wir wollten hier eigentlich nur zum Sylvianischen Museum, aber... Mh, verstehe ich Haben sie doch entschieden Ein Ausflug rund um die Map-Zimmer Mit der Lok Mh, mit der Lore Mh, mit der Gang Mh, mit der Gang Eltzentrum Alles gut Schübst, beim ist Mh, naa, also wird nur ein bisschen teuer Ah Ich fand auch 50 Gold unverschämt, aber... Ich mein, wir haben ja leider keine GOMMACOIN-SWÄRUNG. Gesundheit, Gott. Wir gehen so, dass auch kein anderer. Ich würde jetzt wirklich rauf mit den Schafen und dann... Heizu? Ja, können wir nachdenken. Die sind OP-Weight dran. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aber... Ja, aber die werden übergehen. Die werden wenn ja aufstehen. 16. Das ist echt nicht viel. Wollen wir jetzt? Kick mal. Es kommt jetzt erst langsam einer hoch. Aber der ist jetzt da. Der ist jetzt da. Ich hab jetzt. Der kommt jetzt vor euch. Der kommt jetzt vor euch. Der ist so behindert. Ihr könnt einfach tanken. Jetzt einfach unten durch. Einfach durchlaufen. Einfach gehen. Der kann euch nicht alle drei einfach wegknallen. Komm mit, komm mit. Benny lauf, Benny lauf. Komm einfach nach unten gehen. Einfach alle nach unten. Scheiß auf den da. Der muss kommen. Der kommt jetzt langsam runter. Ich call euch wenn der kommt. Jetzt über euch. Einer muss immer über Benny bleiben. Aber der oben hat EC. Und Benny muss dann placen. Warte. Lass auf da kommt einer Nils. Was? Guck mal wie Benny mich fast rumgebracht hat. Guck mal nach unten. Ich hab das Loch gar nicht bemerkt. Guck mal hier nach unten. Oh Gott. Guck mal. Jetzt geh mal hoch. Und jetzt guck mal zu mir. Ich hab's bis zum Ende nicht gemerkt, dass da noch ist. Jetzt erst ein Replay. Guck mal. Und jetzt klein. Juck und Benny hat mich echt was umgebracht. Digga wie weit geht das nach unten. Bendy helfe ihn. Bendy helfe ihn. Jetzt jetzt ja unten. Macht den oben. Oben down. Hat Reb-Emergy gepackt Savage? Also. Jetzt geh hoch. Jetzt geh hoch. Einer hat sich jetzt gesuasadowed. Die hinten drauf, die hinten drauf. Die kriegen gerade damage. Also jetzt gleich. Komm, la's auf, la's auf. Full cool noch heiß. Alle tüten. Ich geh auf Wett, ich geh auf Wett. Die sind gerappt, die sind gerappt, glaub ich. Nee, nee. Nice. Sehr, 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 sehr stark. Was warst du denn? Ich hab dich so gebumpst. Kein Ding, Digga. Gib mir irgendwas überstärken. Er hat für alle Dreh geholt. Zupi. Boah, ich bin so der heftigste Spieler. Die können die Jungs für den Curry. Für die Coins. Boah, haben die ne ekelhafte Ablösse. Nie mehr gegen die, also. Seid mal alle ruhig, seid mal alle ruhig kurz. Und da ist einer Typ, der will sich bewerben. Der meinte, äh, selber, er wäre nicht der beste Spammer. Er sagt, er top 10 hat. Ach, rum. Was, Kai? Geh auf, Nigo, den kenn ich sogar. Ja. Dann, guck jetzt. Warte. Guck jetzt mein Avatar an. Wenn du das jetzt als Stinks da gemacht hast. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was sagst du dazu? Ja, ja, ja. Blum. Es gab ja nur noch gewonnen, beide. Echt? Ja. Ja, deswegen hab ich den Autotext auch nur geschrieben. Ganz klar. Äh, Savage hat drei Leute mit Stärker geflatscht. Das ist dann okay, Pascal, oder? Dann haben wir sie gut zu viel getaget, dann. Sehr gut. Pascal, warst du den Screenshot? Du warst als Speck dabei, denk ich, ne? Ja, ich war mental richtig dabei, ja. Was wir geholt haben. Pascal, sag. Warte, und ist Paul Patrice Savage? Äh, nein, das ist gut, ja. Warte, ja. Nein! Ja, ein Gold, ein Gold. Ach man, Jungs. Euer 3er Rush. Obwohl doch haben sie. Sorry, mails. Falls Gold. Man, was macht der denn da unten? Ich war mit 10 Euro. Ich war mit 10 Euro. Ich war mit dem ganzen Weg, dass er ranflasen kann. Das ist genau das passiert. Wir haben noch ne EC von euch, gell. Ich spielte hier noch immer Minecraft. Du hast... Du hast die Presse nie. Bist du best? Oh mein Gott, ich mach alles. Was, Kyle, bist du best? Come on. Come on, so. Come on. Wollen wir direkt noch mal holen? Hast du genau die? Der kommt ja, der kommt ja. Ja. Ist die nice? Warte, ich komm da jetzt, gell. T-Shows, Alter. 100. Nein, wir machen nicht einfach Schafe. Wir haben jetzt schon wieder 16 Schafe oder so. Wir sparen jetzt gerade die ganze Schafe. Unten. Aborten, Stormlin. Die Schafe hatte ich schon gemacht. Nein, die haben die gelootet. Ne, 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 ne. Wenn irgendwie EP kommt, dann klantet oder irgendwie MSG, Pascal schreiben. Ich halt schon mal bereit. Der leckt ja mit wichtig. Der leckt im Spawner, du, man kann nix machen. Schwertkämpfer schreibt EP. Was? Wer ist Schwertkämpfer? Links, äh, Pascal. Alter, wenn mich jetzt der Basebogen abswemmt, also das... Der ist einfach Schafe draus gelockt. Der ist jetzt für mich. Buffer 21. Boah, das ist so gut raus gelockt. Ah, Schafe waren ganz angenehm. ... und webs... ... und gelebt einer. Wann hast du die gepresst? Keine Ahnung. Oh, nice. Ui. Fann sogar voll gut. Irgendwann, die sind so schlecht, beide. Geht da einer. Oh, da krieg ich wirklich Akkassor. Minecraft saßt du. Schafe waren gut. Mein Gott, nein bitte nicht der 13er. Der Weg hat gar nix gemacht. Der ist jetzt gut, ich glaube ich kann unten fehlstale, wenn dir jetzt nicht auch immer so ne Bombe passieren. Jawoll. Hast du ihm ne Bombe gegeben? Jawoll. 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 Wir machen ganz gut. Runden wieder. Fälliger. Kannst du mir einen Hut runter droppen? Ich bin Tänzer, die Jungs sind Sänger, Jungs. What the fuck? Der ist so ein Autist wie sein Bruder. 13 und 1, 13 und 1, ich hab das One-Hit. Soll ich jetzt machen? War gut, also der Weg wird jetzt gar nichts verdrängen, wenn ich... Ja gut. Ist der Sam komm? Oh, er ist runtergelaufen. Er ist so ein Lappen, kann nicht mehr igeln. Geil. Geil. Was? Oh, er... Ja. 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 Ich werde gleich so Minecraft quitten. Ja. Was ist denn mit ihm? Ja, ich treffe mich, weil der so hart langsam ist. Ja, das war absolut okay. Oh. 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 Ja, Bad Free. Hallo, die ist so... Hier, 5, 6. Wamm ist der Checktisch? Wamm ist... 1, 1, 1, 1 Hit. Einer's down. Einer down. Call me to T, Alter. Die haben auch... Wamm ist, hast du Heal? Wamm ist, hast du Heal? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Push nicht so tief. Oder doch nicht so tief. Er sieht noch einer. Wamm ist für die Clips, Digga. Ich bin so am zittern wegen dir schon. Er holt alle. Boah. E-R8, 9, 6. Hä, von wem ist das Schwerk kaputt gegangen? Ey, ich kann jetzt auch ZW spielen, gell? Ich auch. Ich auch. Ich wurde auch entsperrt. Ich wurde auch entsperrt. Ich auch. Ich bin so tief. 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 Ich bin so tief.